Komm, komm Schätzchen, du bist eine Süße. Ja, wir sind gestartet und haben hier schon gleich einen schönen Weg. Ich weiß nicht, ob die Wege so schön bleiben, ich führe noch, weil wir gerade abgeladen haben. Da ist die Auri und da drüben ist voll das Gewitter im Anmarsch. Jetzt hoffe ich, dass das vielleicht so ein bisschen noch abzieht und wir da vorne in den Wald kommen. Sonst kann ich gleich schon meine Regenklamotten auspacken. Mal gucken. Also die Wege sind wunderschön hier, aber uns begleitet die ganze Zeit so ein Grummeln vom Gewitter und Regen hatten wir eben auch und was richtig widerlich ist, offenbar haben alle Mücken gleichzeitig ihre Brut ausgebrütet und wir werden hier echt angefallen von Mücken und das findet Auri sehr sehr unspaßig. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass da hinten die Herdenschutzhunde schön hinter ihrem Zaun bleiben. So, nachdem wir jetzt eben schon Gewitter hatten und dann ein ganzes Stück die Herdenschutzhunde, die die ganze Zeit gekleppt haben am Rand, Auri fast in Ohrmacht gefallen ist, weil auf einmal aus irgendeiner Ecke Ese kam und an den Zaun kam und ja, hatten wir also eben ein bisschen Chaos und jetzt ist es hier gerade wunderbar friedlich. Schaut euch mal diesen mega Weg an und auch die Landschaft ist schön. Also man kann es hier wahrscheinlich durch die Büsche gar nicht so sehen. Da hinten ist übrigens noch eine ganz dunkle Wolke, aber ich glaube hier kann man auch wirklich die Herdschutzhunde gebrauchen, weil das ist doch sehr landschaftlich sehr offen und viel Moore und dass hier sich die Wolfsrudel wohlfühlen, das kann ich mir wirklich vorstellen. Ja, wir sind heute Morgen gestartet, es hat geregnet, das war nicht so schön. Schieh mal, lass mal die Kamera. Und jetzt haben wir so vier Kilometer hinter uns. Ich dachte, es wären das zwei, aber gut. Und jetzt machen wir eine kurze Fresspause. Die Hunde sind heute Morgen irgendwie so ein bisschen verunsichert, die muss ich so ein bisschen mitziehen, aber mal gucken. Noch ist es trocken, aber hier schweben so einige dunkle Wolken rum. Aber mal gucken, wie es wird. Und heute hatten wir eine schöne Nacht. Wir konnten im Stall übernachten, also im Heuschober übernachten. Das heißt, es war trocken, das Zelt ist trocken geblieben. Ich brauchte den Zaun nicht aufbauen, weil Auri eine kleine Weide gekriegt hat. Und da hat sie auch ganz ruhig die Nacht verbracht, konnte ein paar Pferde sehen. Das war eine ganz schöne Sache. Und jetzt, ja, werde ich gleich mal aufsteigen. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir vorankommen. Wir haben heute nur 18,5, 19 Kilometer. Und das geht in der Regel ganz schnell. Ich weiß gar nicht, wie spät ist jetzt alles. Mal gucken, was die Uhr sagt. Es ist 10 vor 11. Ja, das ist dann eine gute Zeit. Dann kommen wir irgendwann heute Nachmittag an. Nicht zu früh. Und ja, wir sind guter Dinge. Nachdem wir heute Morgen mächtig nass geworden sind. Und es sehr windig und stürmisch und regnerisch war. Und ein paar große Schauer runtergekommen sind. Und meine Idee mit dem Poncho leider blöd war. Weil den krieg ich gar nicht so schnell aus der Tasche gefummelt und angezogen. Dann bin ich schon nass. Sind wir jetzt aber wieder abgetrocknet. Haben eben schon eine schöne Pause gemacht. Und haben jetzt die letzten vier Kilometer schon vor uns. Es ist halb drei. Ja, und jetzt läuft wieder alles ganz gut. Da muckeln die Hunde. Und die Wege hier sind wirklich wunderschön. Manchmal ein bisschen angeschottert. Also so mit Kartoffelsteinen und sowas. Aber so von der Landschaft her ist das immer ein Wechsel. Ja, zwischen Wiesen, Wald, ein bisschen Naturschutzgebiet. So haldemäßig mit kleinen Birken. Und alles sehr grün. Das gefällt mir ganz gut. Und die Wege auch alle sehr gut zu halten. Ja, womit man so Stress haben kann. Heute der Tag hat sehr nass angefangen. Sehr regnerisch. Und wir sind dann tagsüber gut wieder getrocknet. Und ich sag mal so ab 12 oder ab 1 ist es dann noch trockengeblieben weitgehend. Und wir haben uns heute zweimal so ein bisschen verritten. Aber nur ganz kurz. Das eine Mal allerdings, wie ich es gerade angefangen habe zu schütten. Und das zweite Mal, da sind wir so einen schmalen Weg rein, weil der andere Weg einfach nicht aufzufinden war. Und da mussten wir dann über so eine wirklich drei Eisenbahnschwellen schmale Brücke. Und das hat aber gut geklappt. Und dann sind wir hier angekommen. Und hier gibt es ein Weidezelt, wo ich mein Zelt drin aufstellen kann. Super, falls es heute Nacht regnet. Und eigentlich zeige ich euch mal hier den Rundumblick. Es ist eine super Weide. Aber meine Auri hat total am Rad gedreht, weil es nicht in Sichtweiter von Hörweite ein Pferd gegeben hat, das nach seinem Kumpel gerufen hat. Und der beim Ausreiten war und der hat furchtbar rumgebrüllt. Und Auri hat geantwortet und hat sich da tierisch reingesteigert. Und wir hatten hier zwei Stunden echt Stress. Deshalb hat sie jetzt auch leider nur so einen kleinen Paddock hier. Ist immer noch nicht so ganz ruhig, aber das Gebrüll hat aufgehört, weil der andere jetzt auch aufgehört hat zu schreien. Sie ruft jetzt noch so ein bisschen und guckt, ob sie Antwort kriegt, aber sie kriegt keine Antwort. Und jetzt fängt sie wenigstens schon mal wieder ein bisschen an zu fressen. Und eben wie wir hier geklönt haben mit den Leuten, wo ich hier untergekommen bin, da stand sie auch bei uns und hat so ein bisschen gechillt. Und ich hoffe jetzt einfach, dass das über Nacht gut geht. Sie kann hier vorne bei uns am Zelt stehen und ja, aber es war sehr stressig und ich bin froh, dass es jetzt ruhig ist. Ich habe so meine Nudeln mal eben so zwischen Tür und Angel gegessen. Und jetzt werde ich mich hier gleich noch ein bisschen in die Abendsonne setzen, ein bisschen lesen, vielleicht noch ein, zwei Bilder auf Insta posten und den Tag ausklingen lassen. Und ich freue mich schon auf morgen. Hört ihr? Meine Auri, die jammert immer noch. Aber wie gesagt, Gott sei Dank antwortet ihr keiner. Das war gestern schöner, da waren Pferde in Sichtweite. Und hier hätten wir es theoretisch auch gekonnt, aber da ist keiner, der morgens das Pferd wieder reinbringen kann. Deshalb muss sie das heute Abend jetzt mal alleine aushalten. Das ist das Zelt hier in dem Unterstand. Und Aki ist schon völlig müde und schläft. Und hier vorne kann Auri dann zu uns kommen. Ich habe das ein bisschen abgesperrt, damit sie hier nicht übers Zelt läuft. Und ja, hier hat sie ein bisschen Heu noch gekriegt. Und da läuft das Schätzchen. So richtig gut scheint das Wasser auch nicht zu schmecken. So, wir sind in der Heide gelandet. Nach Wesen sind wir, ja, so zwei Kilometer unterwegs. Hier scheint es sogar Geländer Hindernisse zu geben. Und das ist so ein typischer Heideweg. Hier auf dieser Seite für Reiter und rechts daneben für Fußgänger. Und wenn die Heide blühen würde, dann hätte man jetzt hier hinten sehr schöne lila Heideblüte. Jetzt natürlich nicht um diese Jahreszeit. Dafür sind jetzt auch weniger Besucher unterwegs hier. Und wir haben eben schon einen munteren Trab hinter uns. Und ja, Gott sei Dank ist heute Morgen mal das Wetter schön. Und was besonders schön ist, sind auch jetzt die grünen Birken hier. Das ist richtig klasse. Ich komme heute gar nicht so richtig zum Filmen. Weil, ja, entweder ist es Pferd flirrt und die Hunde. Oder es regnet. Dann kann ich die Kamera auch nicht auspacken. Vorhin haben wir Pause gemacht. Da haben wir uns untergestellt mit dem Regen. Und ja, jetzt sind wir wieder im Wald gelandet. Und wir kommen aber gut voran. Wir haben heute fast nur Wald und ein bisschen Heide. Das heißt, wir haben auch eigentlich wenig, wo Auri mal schön fressen kann. Mal sehen, was noch kommt. Und eigentlich wollte ich heute eine richtig schöne Mittagspause machen, weil es heute nicht so viel regnen sollte. Das heißt, Auri fressen lassen, sie dann anbinden und mir auch was Warmes zu essen machen. Aber bisher habe ich weder eine Bank oder sowas gefunden, noch irgendwas, wo ich Auri dann festmachen könnte. Das muss eben auch passen. Ich bin gespannt, ob wir das noch hinkriegen. Da sind die Hunde am Laufen. So, ein Plätzchen gefunden. Obwohl es jetzt gerade erst geregnet hat. Aber ich habe jetzt gedacht, vielleicht haben wir mal so ein paar Sekunden Sonne. Also ihr seht, die dunklen Wolken hängen hier. Und da kommt auch schon gleich wieder eine. Aber hier ist so eine Sonnenschneise. Und ich hoffe, das reicht, dass ich jetzt mein Essen mal eben verschmause hier. Die Hunde, die haben auch nicht so richtig die Ruhe. Oder die mögen nicht liegen, weil es zu nass ist. Ja, hier habe ich heute mein Lager. Hier hat es eben Abendbrot gegeben für mich. Jetzt zieht da gerade noch ein Tee. Ich glaube, der muss mal raus. Und meine Auri, die ist heute in Pferdegesellschaft, Gott sei Dank. Die hat hier eine Paddockbox. Und mag aber leider ihren Hafer nicht. Aber das Gute ist, dass sie hier ganz ruhig ist. Ah, jetzt frisst sie doch ihren Hafer. Jetzt schmeckt er doch, der Hafer, dann ist ja alles gut, meine Auri. Ja, da hat sie heute ihre Schlafgelegenheit. Und hier nebenan hat sie gleich noch ein Pferdchen. Von daher ist sie, glaube ich, ganz zufrieden. Ja, wir sind gestartet und wenn ihr mich genau anguckt, ich habe keine Kappe auf dem Kopf. Die habe ich tatsächlich in der Sattelkammer liegen lassen. Und reite auch schon eine ganze Zeit und mir ist es gar nicht aufgefallen. Und eben, weiß ich nicht warum, merke ich, so luftig am Kopf. Ja, ist so wie es ist. Jetzt ist der Weg wieder schön. Wir reiten hier so direkt an der Bahnstrecke lang. Und ja, wir waren eben, sind wir durch ein totales Matschloch gekommen. Da war ich froh, dass ich auf dem Fers gesessen hätte. Und drunter wäre ich bis über die Knöchel schmutzig geworden. Die armen Hunde, ich weiß gar nicht, ob man es denen ansieht, die haben auch schmutzige Füße gekriegt. Wobei die eine schafft es immer sauber zu bleiben, die hier vorne. Keine Ahnung, wie die das macht. Und was geil ist, die Hufschuhe haben gehalten. Ich hatte ja wirklich Sorge, dass die abrutschen, wenn wir durch solche Matsche kommen. Aber es hat alles gehalten und wir mussten uns da zum Teil echt durch die Büsche schlagen, weil der Weg komplett hin war. Ich denke, wir haben jetzt so sechs Kilometer hinter uns, haben noch 31 vor uns. Heute sind es etwas über 37. Und ja, ich frage mal, ich bin heute Abend bei einer Freundin. Vielleicht fährt die mit mir nochmal einmal zurück, um mal eben kurz die Kappe zu holen. Ja, sonst ist das ein Verlust gewesen dieses Rittels. Ja, wir queren gerade Zelle auf der Nordroute sozusagen. Und hier sind wir jetzt auch gerade wieder auf der Eisenbahnbrücke. Wir kommen gleich über eine. Wir sind auch mit dem Heidschmerboden. Das ist das X für das Heidschmerboden. Für den Heidschmerboden. Das ist das Gericht. In der Tür steht. Das ist das Jury-Chmutterboden. Wir kommen jetzt wieder auf der Bahnhof. Da ist alles näher, da auch. Ja, wir sind um Zelle herum und Hund und Pferd sind irgendwie flott drauf. Wir sind jetzt schon ein paar Strecken getrabt hier, weil es hier wunderbare Wege hat. Der Weg um Zelle herum war auch in Ordnung. Eben hatten wir wieder einen Weg, der existierte nicht mehr so richtig und eine blöde Brücke mit so einem Fahrradkreuz. Da gucken wir aber durch. Ja, und hier ist es jetzt wieder alles sehr schön. Und jetzt endlich konnten wir auch nochmal wieder die Drohne auspacken. Die war nämlich mangels besserem Wetter in der Tasche verblieben. Es hing ja immer auf Regen und es war tierisch windig. Und der Tag heute ist so ein bisschen besser vom Wetter. Und da probiere ich es jetzt nochmal aus. Letztendlich möchte ich es auch mal auf dem Pferd sitzend dann machen. Aber jetzt für die ersten Tests habe ich gedacht, mache ich das mal beim Führen, weil ich die Drohne auch dann in der Bewegung eben immer wieder nach hinten schieben muss. Also sie muss rückwärts fliegen, wenn wir ihr entgegen kommen. Und hier mit den Büschen rechts und links muss man da auch ein bisschen aufpassen, dass man irgendwo gegenfliegt. Im offenen Gelände ist es bestimmt auch nochmal spannend, so ein bisschen vom Walter weg die Gegend sich anzuschauen. Aber hier haben wir eben sehr viel Kiefernwald und da habe ich gedacht, ich lasse die Drohne jetzt mal unten bei uns. Ja, aber mal sehen. Das werden wir in Zukunft sicherlich noch ein bisschen ausweiten. Wir haben gestartet um halbviertel vor neun. Wir haben heute 42 Kilometer vor uns und mein Pferd ist ziemlich frisch. Ja, und das Wetter soll gut werden. Und wir haben hier jetzt gerade wieder so ein schönes Waldstück erreicht. Einmal mit der Füße vom Godfaru. Und wir haben hier hinten erwartet um 90% von der Füße. Und wir haben hier, wo bist du mit der Füße. Und wir haben diese Schweden zu gelocken. Hier können wir hier in Zukunft die Füße. Hier ist ein Spargelfeld, da ist der Spargel schon so hoch raus, dass der die Folie schon richtig hoch schiebt. Eigentlich schade drum, so ein riesiges Feld und offensichtlich nicht rechtzeitig geerntet. Oder so ein Spargel wird es ja nicht, wenn er abgedeckt ist. Keine Ahnung, warum hier nicht geerntet wird. Schade um den Spargel. Wir kommen jetzt in die Nähe der Autobahn und das Rauschen, das hören wir tatsächlich schon eine gute Dreiviertelstunde und jetzt sind wir erst da. Wir müssen jetzt aber noch einen kleinen Bogen reiten zur nächsten Brücke. Und was sehr cool ist, ist hier dieses gelbe Rapsfeld vor uns. Den Duft, den habe ich auch schon, nee, langsam auch ein bisschen in der Nase. Das duftet so schön nach Sommer und das finde ich irgendwie, ja, das ist so schön auch am Frühjahr, wenn das alles so schön gelb ist. Leider gibt es heute, oder hier in Niedersachsen gar nicht mehr so viele Rapsfelder, das ist ja eher so eine Schleswig-Holstein-Geschichte. Achli, warten. So, jetzt. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Autobahn und meine Tiere wollten irgendwie nicht so richtig Pause machen. Nach zwei Stunden mache ich eigentlich immer Pause zum Grasen und für die Hunde ein bisschen zum Ausruhen. Aber, ja, die Auri hat so ein bisschen uninteressiert gegrast und wollte aber ein bisschen was trinken. Und die Hunde, ja, die haben da gelegen, haben auch ein bisschen an Grashalmen gekaut und gestanden und geguckt, dass es weitergeht. Ja, deshalb habe ich jetzt gesagt, so, wir gehen weiter. Wir haben jetzt 15 Kilometer von 40 hinter uns. Und, ja, gestern der Tag war ein bisschen anstrengend, weil wir nicht über eine Schleuse konnten, wo es eigentlich, ja, wo ich eigentlich gedacht habe, da kann man rüber, weil auch ein Rad nicht rüberführt. Aber die ist wohl sehr schmal mit Gitterroststufen gewesen und da musste ich einen Umweg durch Winsen Aller machen und hatte dann gestern auch über 40 Kilometer auf der Uhr. Und, ja, das war ein bisschen blöd. Oder blöd, es ging auch, aber ich wollte eigentlich, ich habe eine Freundin besucht, ich hätte mich gefreut, wenn ich ein bisschen früher bei ihr gewesen wäre. Aber so ging es dann auch. Aber gestern haben auch unsere ganzen Pausen nicht geklappt, weil immer irgendwas war. Und, ja, wollen wir mal sehen, dass heute das besser passt. Den Tag vorher hat das mit der Pause gut geklappt, da konnte ich auch festmachen. Gestern waren da so viele Mücken und Fliegen im Wald, da wollte sie nicht ruhig stehen. Also, das war alles so ein bisschen schwierig. Aber heute Morgen sind alle munter gestartet und die Hunde, die machen auch richtig Tempo hier vor uns. Wir müssen Auri und ich uns richtig anstrengen. Da sind sie, die beiden Muckis. Und wir zwei beide hier, wir müssen hinterher zuddeln. Hier ist hier noch, wir fangen jetzt mal gerade mit. Das ist gut. Das ist gut. Gänse auf unserem Weg. Gänse auf unserem Weg. Gänse auf unserem Weg. Die haben hier bestimmt ein Gelegen. Die sind jetzt ganz aufgeregt. Genau. Bleibt doch einfach hinter uns. Seht ihr, alles gut, ne? Ist übrigens ein ganz netter Weg hier an der Mais entlang. Da hinten sieht man das Riesenrad vom Serengeti Park und da ist auch unheimlich Krach irgendwie von den Fahrgeschäften. Naja, aber hier ist es ein schöner Weg. Das ist ein schöner Weg. Der Morgen heute begrüßt uns mit Nebel, aber es regnet nicht und ich habe das Gefühl, dass die Sonne auch bald durchkommt. Und ja, zu gestern gibt es einiges zu erzählen. Vielleicht können wir heute eine ruhige Pause machen, dann kann ich das nachher nochmal erzählen. Ja, wir machen Mittagspause, Auri frisst und noch scheint die Sonne. Gestern hatten wir es auch so, es war eher schön. Und dann, ja, so eine Stunde bevor wir da waren, hat es zugezogen. Es hat ein mächtiges Gewitter gegeben und wir sind richtig nass geworden mit allen Sachen. Das war ein bisschen stressig. Dann hat Auri noch einen Hufschuh verloren und den haben wir aber Gott sei Dank wiedergefunden. Da bin ich abends nochmal kurz von der Station mit dem Auto die Strecke abgefahren und der lag mitten auf dem Weg. Glück ist Geschick. Ich kann euch die mal eben zeigen. Das sind Scootboots, die eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, ich zeige es dir nochmal richtig, wenn wir hier nicht am grasen sind. Ja, gestern war so ein bisschen der Tag der Brücken. Wir sind über die A27 mit viel Verkehr gegangen. Wir haben viele normale Brücken gehabt und auch zwei Brücken, die wirklich schwierig waren. Das eine war so ein kleiner Steg, wo ich mir nicht sicher war, ob die Bretter halten. Haben sie aber, aber das ganze Gerüst war irgendwie schon so ein bisschen wackelig. Und das zweite war eine eine Flussüberquerung oder eine Bachüberquerung, wo noch eine Mühle direkt neben dem Steg lief und die klapperte mega und das fand Auri ein bisschen unheimlich. Aber wir haben alles gut gemeistert, sind gut angekommen nach 42 Kilometern und Auri hat die ganze Nacht gequietscht, weil sie mit anderen Pferden zusammen, also die Nase zusammenstecken konnte, was für mich ein bisschen anstrengend war. Ja, und die Hunde, die sollen sich ja jetzt eigentlich ausruhen und ich muss sie aber wirklich anbinden, sonst laufen die einfach weiter und machen ihren Weg und da muss ich dann mal hinterher hüsern und jetzt ist es so, jetzt ist es so, dass ich sie immer anbinde, wenn wir Pause machen, damit sie wenigstens sich mal hinsetzen und ein bisschen chillen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig und Shima, die läuft locker mit und Aki, die ist heute so ein bisschen, also ich hatte erst gedacht, die ist kaputt, aber dann war das so, wie sie freilaufen war. Da war sie total locker drauf, alles gut und ich glaube, die steigert sich so ein bisschen rein in die Angst vor Auri, weil wenn Auri mal so ein bisschen Theater macht und, oh ich muss hier mal eben den Strick, wo sie das an, ich kann, aber mit dem Knoten halt da, ja sie guckt immer unheimlich zu Auri hin und versucht zu gucken, was Sache ist und wenn Auri so ein bisschen unter Spannung steht und guckt oder ein bisschen, ja, sich nicht so ganz sicher ist, dann ist Aki auf Hap 8 und hält Abstand und am liebsten läuft sie eben ziemlich weit hinten, es sei denn, wir traben. Wenn wir traben, dann läuft sie ganz locker nebenher und ich habe das noch nicht so ganz rausgefunden und ich habe natürlich immer die Sorge, dass sie irgendwie kaputt ist, aber die laufen ja, wenn ich wandere auch 20 bis 25 Kilometer mit mir mit Gepäck und jetzt haben sie kein Gepäck, deshalb sollte die Strecke jetzt für sie eigentlich nicht so spektakulär sein. Ja, ich werde das im Auge behalten und die Pfötchen sind gesund und ja, sonst ist sie auch fit. Ich glaube, es ist echt, dass sie so Bedenken hat mit dem Pferd. Mal gucken. Ja, was ist sonst noch zu erzählen? Heute Nacht waren wir in einem Hof, wo wir unter so einem Vordach übernachten konnten. Ich habe erst gedacht, das geht so, aber es ist tierisch feucht geworden. Heute Morgen war es ja auch alles neblig und ich musste dann mitten in der Nacht doch noch das Zelt aufbauen, damit nicht unsere ganzen Sachen klatschnass werden durch den Nebel. Das war ein bisschen aufregend und wir haben die ganze Nacht das Gequietsche von Auri gehört. Das war auch nicht so, dass man dann wirklich ganz ruhig schlafen konnte. Aber heute Nacht ist die letzte Station, morgen nochmal ein langer Weg und heute haben wir auch nur 32 Kilometer und ich glaube, ungefähr die Hälfte davon haben wir auch schon geschafft. Gleich geht es über die A27 und dann wird es so ein bisschen ortslastiger mit Kirchlinteln, Walle. Aber mal gucken. Also wir haben heute jetzt schöne Strecken gehabt durch Wälder, durch Wiesen, sehr abwechslungsreich. Das hat mir gut gefallen und ich hoffe, dass die Sonne uns erhalten bleibt. Ja. Musik Musik Jetzt sehen wir zu, dass wir die Hunde einholen. Die laufen wir nämlich fast weg. Die machen so ein Tempo. Wir haben jetzt 25 Kilometer hinter uns. Oder 26, glaube ich, schon. Die Hälfte der Strecke. Und meine Hunde, die machen ein mega Tempo, dass wir da im Prinzip nur im Trab mitkommen. Die Bank ist unsere. Ja, anhalten alle. Schima! So, unser Mittagsrast nach 26 Kilometern. Uns ist eben diese Bank unter einem Baum. Über den Weg gelaufen. Ein bisschen im Wind. Aber ganz schön. Aure die Gras da vorne. Und die Hunde, die machen richtig Tempo. Und sind eigentlich auch nicht wirklich müde. Aber so wie ich die an die Leine nehme, ist wenigstens Aki, ist richtig, ja, die lässt sich mitziehen und tut so, als ob sie nicht mehr kann. Und dann habe ich immer Sorge. Und jetzt, wo sie frei läuft, zieht die voll ab. Also, ich bin sehr überrascht. Oh, Aure die Gras sitzen und auf dem Weg. Wollen wir mal hoffen, dass da kein Auto kommt. Ja, die Strecke ist heute lang, aber sie war bis jetzt nicht schlecht. Ein bisschen asphaltlastig und gepflastert, Kopfsteinpflaster, das sind alles so alte Landwege, die wir reiten. Aber mit breiten Seitenstreifen und eigentlich auch ganz schön. Und die Landschaft hat sich jetzt geändert. Es ist nicht mehr Heide, sondern viel eben kultiviertes Land. Und ich denke, wir kommen gleich bei Vorwerk nochmal ein bisschen im Wald. Und hinter Büsteht kommt ja auch nochmal ein schöner Wald. Also, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Und, ja, jetzt ist es eins. Oder irgendwie zwischen zwölf und eins. Und ich hoffe, dass wir heute Abend so zwischen sechs und sieben dann am Stall ankommen. Auri, komm mit. Komm, wir gehen. Komm schnell. Komm, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen. Komm, 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 wir gehen, wir gehen. Wir sind gut wieder angekommen. Der Nachmittag hatte es sich in sich, weil unheimlich viele kurze Regenstürme bei uns gezogen sind. Und zwar richtige Stürme mit Orkanböen. Und wir konnten uns aber meistens ein bisschen unterstellen. Deshalb habe ich auch kaum noch gefilmt, weil wir einfach zugesehen haben, dass wir nach Hause gekommen sind. Und die Schima hier, die hat extrem Tempo gemacht. Die hatte ich an der Schleppleine laufen. Und das seht ihr auf dem letzten Video. Da läuft sie so ihr Tempo. Und das ist schneller als unser Schritttempo. Und wenn wir traben, überholen wir sie. Und sie bleibt aber auch komplett in dem Tempo. Ich kann also dann ein ganzes Stück vorbeitraben und dann fahriere ich durch. Und dann zieht sie in ihrem Tempo wieder an mir vorbei. Und die wollte gar nicht mehr aufhören. Und die war richtig im Flow. Und die kleine Aki hier, die war so ein bisschen müde. Die fand das alles ein bisschen doof. Aber auch bei ihr war das so, wenn ich sie an der Leine, an der Schleppleine, also die Schleppleine losgelassen habe, dann ist sie eigentlich ganz gut mitgelaufen. Und letztendlich waren wir um sieben zu Hause. Und war noch ganz froh, dass wir das so ohne größere Blessuren zuletzt überstanden haben. Und weil wir einmal auch einen richtigen Regensturm hatten. Da kam also so eine schwarze Wand auf uns zu. Und ich habe gedacht, ach du meine Güte, was machen wir jetzt? Und dann haben wir aber noch einen Weideschuppen gefunden, hinter den wir uns stellen konnten. Die Tour war toll. Sehr abwechslungsreich. Vom Gelände her natürlich alles flach bei uns im Norden. Und die Tiere, die haben sich super eingefunden. Und das ist auch immer das, was ich total schön finde. Dass so nach zwei Tagen wir wirklich so eine tolle Gemeinschaft haben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch das eine oder andere Mal loskomme und euch mitnehmen kann. Und ich hoffe, dass wir jetzt ein Thema haben. Untertitelung des ZDF, 2020